Die Firma Haverkamp ist ein Handwerksbetrieb, Traditionsbetrieb in Ostwebern. Gegründet wurde unser Betrieb 1929 von meinem Großvater, Ferdin Haverkamp. Schon er hat damals spezielle Fahrzeuge gebaut, Kutschewagen und Ackerwagen. Mein Vater hat die Tradition fortgeführt und heute mittlerweile sind wir in der vierten Generation und haben uns darauf spezialisiert, Verkaufsmobile und Spezialaufbauten herzustellen. Wir stehen jetzt zum Beispiel vor einem fertigen landwirtschaftlichen Verkaufsmobil für die Selbstvermarktung. Diese Fahrzeuge werden bei uns ganz speziell nach Kundenwunsch hergestellt. Der Kunde besucht uns, erzählt uns seine Wünsche und Vorstellungen. Wir setzen uns mit dem Kunden hin und planen sein spezielles Fahrzeug. Dann wird dieses Fahrzeug bei uns umgebaut, die Karosserie wird umgebaut oder eine neue Karosserie wird aufgebaut. Das Fahrzeug wird in der eigenen Lackiererei bei uns lackiert. Wir bauen den Innenausbau mit den Tischlerarbeiten und wir bauen dem Kunden eine schöne Verkaufstheke ganz nach seinen Wünschen. Der Vorteil ist bei uns, der Kunde bekommt sein Auto, sein Werk aus einer Hand geliefert. Er hat einen Ansprechpartner und er hat Vertrauen aufgebaut zu uns, wenn er weiß, alles was ich gerne haben möchte in meinem Auto, versucht oder baut der Handwerker mir in dieses Auto ein.